Willkommen zu heute bei Oriental Night. Weiterhin an unserer Seite Alpergan oder Alperrrr. Alpergan. Alpergan. Aber das stimmt, der Name liegt ja sehr nah. Die Deutschen sprechen ja Alper wie Alper aus. Deswegen ja. Mein Name ist integriert. Alpergan. Hella losen! 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 Du bist ein Kinofan? Ja, ich hab sehr viele Filme zuhause. Ich bin auch Schauspieler. Weißt du doch. Nein, weiß ich nicht. Ich geh nie ins Kino. Hast du meinen Kinofilm nicht gesehen? Nee, ich versuch sie immer illegal down zu loben. Dann musst du hier reinziehen. Aber ich krieg Blutsbrüder grad nicht. Kriegst du nicht? Nee, den gibst du auch nicht. Nicht, ne? Nee, den kannst du nur auf DVD kaufen. Das haben sie echt gut gemacht. Wie war denn so deine Kinoerfahrung? Hat Spaß gemacht? Ich weiß nicht. Sehr. Für einen Musiker ist das ja komplett ein neuer Bereich, oder? Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es mir so viel Spaß macht. Wirklich. Aber das Gute war, ich hab mit professionellen Leuten gearbeitet. Es fiel mir halt einfach, meine Rolle zu spielen. Und die haben mir echt viel geholfen, auch in die Rolle so einzugehen. Also es war easy und hab selber in mir noch was entdeckt, dass es wirklich Spaß macht. Es war echt easy. Also jederzeit immer wieder gerne. Willst du in dem Bereich noch was machen, was bewegen? Es gibt jetzt noch ein paar Projekte, wo ich auch sehr gerne mit drin bin. Also es gibt sogar noch ein Projekt, den ich schon noch hinter mir habe. Es gibt von Ferdinand von Schirach. Das ist so ein Anwalt in Berlin. Und der hat einen Bestseller, das Verbrechen. Und ZDF hat sechs Fälle von dem Anwalt. Da haben die sechs Episoden, also in sechs Teile verfilmt. Und in der einen Episode bin ich die Hauptrolle mit Dennis Moschito und Adam Bostoukos. Adam Bostoukos, meine Homeboys. Cool. Es hat über krass Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten. Es fiel mir noch einfacher, die Rolle zu spielen. Und warum nicht? Ich könnte mir echt gerne noch vorstellen, dass ich eine Komödie spielen könnte. In der Hauptrolle. Oder auch mal den Gangster oder so. So eine harte Rolle, weißt du? Also es ist alles kein Problem. Es ist easy. Also Kino ist so in deinem Ding. Also schöne Grüße an Oliver Berben und Fatih Acken. Bitte, wenn ihr irgendwas für mich habt, jederzeit, ich bin bereit. Wie eine Eins. Aber gerade habe ich natürlich mit meiner Musikkarriere viel zu tun. Deswegen geht das jetzt erstmal natürlich vor. Und ich freue mich natürlich auch auf die Serie, die am Ende des Jahres oder am Anfang 2013. 13. 13. Ja, solange es nicht 23 ist, alles gut. Ja, auf jeden. Was hört eigentlich ein Musiker zu Hause? Ein Rapper, ein Hip-Hopper? Heute auch Rap durchgehend? Also ich persönlich eigentlich gar nicht. Deutsche Hip-Hop sowieso nicht. Wenn dann nur Leute, die ich ernst nehme. Wie coolster war ich. Aber sonst, Deutsche Hip-Hop gar nicht. Ich höre sehr viel Türkisch. Ibrahim Tatlis, Masu Krimisugil, halt so berühmte Namen, die auch jeder zweite Türke hört. Ich bin auch einer von euch, einer von denen. Und bin mit der Musik halt auch aufgewachsen und Poesie. Poesie? Kommt von da. Ja, ich glaube auch, weil die arabeske Musik ist ja sehr viel. Weißt du, Damar dan, Adar, immer viel Adar, viel Blut, viel Trauer. Von der Adar. Immer, meistens. Wieso Raps eigentlich nicht türkisch? Hab ich mir auch überlegt. Hab ich echt überlegt, ob ich... Weil, Türkisch machst du ja nicht viel. Oder kaum was. Ich glaub, ich kenn da nichts ehrlich gesagt. Also, im ersten Album und im zweiten Album hab ich auf jeden Fall eine türkische Hook. Weißt du, ich hab was türkisches gemacht auf jeden Fall. Aber so einen kompletten Song hast du, glaub ich, nicht? Kompletten Song nicht. Ich hab halt versucht, immer dieses türkisch-deutsche mit reinzubasteln, dass ich... Ich hab halt deutsche Strophe und das halt und dann mit einer türkischen Hook, da wo bisschen Hareket und Bereket drin ist, weißt du? Da wo die Leute auch hören, er kann türkisch singen. Er hat eine Stimme, die er auch für Gesang so einsetzen kann. Und ich hab das drauf und würde gerne echt in der Zukunft vielleicht auch mal ein ganz türkisches Album machen. Und in der Türkei vielleicht rausbringen. Das wollte ich sagen, weil in der Türkei ist ja die Hip-Hop-Szene noch relativ bescheiden und klein. Also, eigentlich gibt's ja in Anführungszeichen einen Rapper, den, glaub ich, in der Türkei fast jeder kennt. Sondern kommen noch aber wirklich hinterher noch zwei, drei gute, die man auch kennt, die auch aktiv sind. Ich glaub, es entwickelt sich gerade auch in der Türkei und ich hab echt überlegt, ob ich nicht schnell mal rüberziehe und denen zeige, was Sache ist. Weil ich hab das echt drauf und ich weiß, was die Leute... Ich weiß, was die Leute hören wollen. Ja, was dagegen spricht halt... Ich hab da halt nicht so die guten Kontakte so, wo ich es rausbringen kann. Und ganz ehrlich, unserem türkischen Volk kann man halt auch nicht immer trauen, weißt du? Gerade bei so einem Business, diesem Musikbusiness in der Musikbranche ist halt alles ein bisschen anstrengend. Da bin ich halt ein bisschen vorsichtig. Dabei ist es nicht nur mal das Business. Wir haben ja gesagt, so Hip-Hop ist ja so ein Metier, man kann auch erfolgreich sein. Sag mal, hast du mal einen Integrationspreis bekommen? Ich hätte den eigentlich auf jeden Fall verdient. Auf jeden Fall. So mit meinen Texten und meiner Politik hätte ich den auf jeden Fall verdient. Hattest du sowas mit Lagerbenut? Ne, ich bin kein Fußballer. Auch kein Volleyballer? Ne. Dann fällst du raus. Okay, das Thema lassen wir. Ich glaub, das wird nichts bei uns beiden. Lassen wir lieber. Vielleicht sollte ich mit Fußball anfangen. Ich hab mal Fußball gespielt. Ja. Aber dabei soll es auch bleiben. Aber du warst nicht bei Werder Bremen. Das war das Problem. Wer weiß. Vielleicht hab ich die Ersatzbank geputzt oder so. Wer weiß. Okay, ich sag nichts mehr dazu. Kommen wir zu den wichtigen Themen der Welt. Ja, Integration. Apropos Integration. Du bist ja ein Berliner Jung. Du bist ja auch in Berlin geboren. Kann man, definierst du dich als Berliner Jung? Weil es wird ja immer in letzter Zeit immer viel gerne darüber geredet. Ja, was sind wir jetzt? Türken, Deutsch-Türken, Deutsche mit türkischen Wurzeln. Mit türkischem Migrationshintergrund. Magst du sowas? Kann man uns definieren? Oder definierst du dich selber? Ja, ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Als Türke. Meine Wurzeln sind natürlich türkisch. Ich habe türkisches Blut. Aber ich seh mich jetzt nicht so türkisch-deutsch-deutsch-türkisch. Also ich bin... Ich hab genauso viele deutsche Freunde wie türkische Freunde. Oder arabische oder kurdische. Heißt du, ich bin genau in diesem Kreis Multikulti. Also ich seh mich nicht mehr als so fremd. Also da hab ich mehr Probleme in der eigenen Heimat. Da sieht man mich eher so als Deutscher, nicht mal als Türke. Das ist mein Problem. Also deswegen kann ich auch nicht so direkt sagen, ob da meine Heimat ist oder hier. Aber ich würde eher sagen, hier ist meine Heimat, weil ich hier geboren und aufgewachsen bin. Nach deutschem System. Aber trotzdem. Hier aufgewachsen bin. Also, du bist ein multikultureller Mensch mit Migrationshintergrund. So kann man sagen. Der integriert ist. Der Deutsche mit Migrationshintergrund. Gott, ich mag diese Definition überhaupt nicht. Das ist alles nichts mehr für mich. Ich auch nicht. Aber das verstehen die nur. So verstehen die das nur. Du hast nämlich. Bis dann ja, hab ich ganz gut. Tabi. Ah, hast du noch gut oder? Och. Okay, Abicin. Bitteschön. Ne, der kann man nicht sagen. Ich bin Ben Alpagan. Burda bedo. Kollarında teto. Harbi ghetto. Okay, machen wir weiter. Ja, ja. Eine Frage habe ich noch zu Hip-Hop. In den 90er Jahren gab es eine Gruppe Kartell. Die hat doch jeder gefeiert. So sieht es doch aus. Und das krass ist, ich habe LGA kennengelernt. Wieso macht ihr denn nicht so was nochmal? So ein Kartell Revival mäßig. Wo international war, wo Deutsche dabei sind, ein Schwarzer und ein Spanier oder keine Türken. Das ist krass gewesen. Kartell war echt krass. Aber wo heutzutage, jeder will selber im Mittelpunkt stehen und versucht selber vorne zu sein. Und bei voll vielen, die als Gang oder als Crew kommen, bei denen funktioniert das nicht lange. Die lösen sich gleich auf. Wenn der eine ein bisschen mehr Erfolg hat, scheißt du auf den Rest und will selber seinen Weg gehen. Also sowas wie Kartell ist echt bewundernswert gewesen damals. Und schade, dass sowas heute nicht gibt. Wirklich. Kartell war echt hart. Aber die wurden auch ausgebeutet. Deswegen sind die auch aufgelöst. Es ist jetzt nicht so, dass die sich aufgelöst haben, weil jeder alleine Karriere machen wollte. Man hat die Jungs echt ausgebeutet. Ich hab den RJ kennengelernt. Er hat mir ein bisschen was erzählt. Und das tut mir echt weh und leid, dass sie nicht so viel davon hatten. Obwohl die wirklich... Man ey, jeder kleine Pisser oder jeder kleine Penner auf der Straße hat Kartellplower getragen. Und ich hab die Kassetten so krass gefeiert. Das war für mich das erste türkische Hip-Hop so. Die Texte, die du verstehst. Ich feier einen Jazzer natürlich auch. Aber ich versteh meistens nicht. Ich muss drei, vier Mal hinhören, was er mir sagen will. Er hat auch krasse Aussagen. Aber der Typ ist zu schnell ey. Zu schnell. Und das ist aber sein Style. Weißt du. Bei Kartell war das so locker. So einfach. Das ist einfach so simpel, was man so gleich verstanden hat. Wie gesagt, schade, dass du heute sowas nicht gibst. Wirklich. Du hast ja mal einen tollen Song geschrieben. Ausländer. Darum wollte ich das unbedingt fragen. Und da kritisierst du ja schon dieses gesellschaftliche Denken. Du gibst ja auch sehr viele politische Messages in deinen Songs. Läuft man da nicht Gefahr, dass man auch selber zu einem politischen Instrument wird? Wenn man sich zu sehr mit Politik auseinandersetzt? Also ganz ehrlich, davor habe ich keine Angst. Weißt du. Das ist meine Aussage. Und dieses Ausländer-Ding hatte ich schon als kleiner Junge in mir. Weil damals Fresh Family war das. Ich sitze in der Bahn. Da kommt ein besoffener Mann und setzt sich nebenan. Der Mann sagt, du Knoblauch stinken. Ich sage, ach egal. Du stinkst von Trinken. Weißt du, da kommt schon diese Auseinandersetzung. Der Deutsche macht den Türken an, der nach Knoblauch stinkt. Aber der sagt dann, du stinkst aber nach Alkohol. Und damals wollte, Ahmed Gündüz war das, er wollte damals diese Ausländer-Geschichte rüberbringen. Und ich dachte mir, das muss man auf den Punkt bringen. Ich bin ein Ausländer. Doch ich bin hier geboren. Weißt du, ich bin hier geboren. Ich bin zwar ein Ausländer, aber ich bin hier geboren. Und das muss ich unbedingt loswerden als Ausländer. Und das wollte ich schon immer machen. Das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich in dieses Thema reingehen. Damit die Leute mal mitkriegen, wie wir denken. Natürlich auch so gedacht. Aber das hatte ich schon lange in mir. Ich wollte das schon lange machen. Und das ist mir gelungen. Und kein Deutscher kann da sagen, ich kling da feindselig. Und kein Türke kann da sagen, ich hab was Falsches gesagt. Der war echt wie ein Nagel auf dem Kopf. Und da bin ich auch froh, dass es auch bei den Leuten so angekommen ist, wie ich es wollte. Und diese Politik haben wir heute immer noch. Genau wie damals. Auch wenn man nicht so viel darüber redet. Oder wenn jetzt nicht eine Gruppe von Nazis jetzt an mir vorbeiläuft. Aber diese Politik ist immer noch da. Also gibt es immer noch aus deinem Herz? Natürlich gibt es. Extrem gibt es das noch. Und auch, ich merk das. Ich mein, ich bin ein Menschenjubelier. Menschenjubelier oder Menschenjubelier. Weißt du? Viele lachen dir ins Gesicht, aber innerlich. Zum Beispiel, guck mal. Wie sagt Friedrich Nietzsche? Er sagt, ein Schluck Wein ergibt die Wahrheit. Wir haben bei uns auf der Straße einen deutschen alten Mann. Der ist richtig cool zu uns. Er grüßt uns immer, wenn wir vorm Kiosk stehen oder sitzen. Aber wenn er besoffen vorbeiläuft an uns. Er sagt, wir sind hier in Überzahl. Wir sind 30.000 mehr. Die Polizei hat die Macht hier. Raus mit euch. Was habt ihr verloren? Der Mann, der mich am Tage auf nüchternem Kopf grüßt und sagt, Jungs, alles klar? Kommt abends besoffen und lässt die Wahrheit in sich raus. Wie schade, wie traurig das ist. Dieses gefakte Gesicht und immer Hallo zu sagen. Aber innerlich zu sagen, verpisst euch. Ihr habt hier nichts verloren. Und das ist häufig so. Und das ist auch in verschiedenen Fällen so. Auch was ich vorhin erwähnte. Ich wurde angestochen von richtigen Glatzen. Von Deutschen. Und was ist passiert? Es ist nicht mal zum Gericht gekommen, obwohl die den Täter erwischt haben. Es wurde eingestellt. Und ich wette mit dir, wenn ich derjenige wäre, der den Deutschen angestochen hätte, wäre ich locker drei, vier Jahre oder fünf Jahre drin. Und dieses Thema gibt es heute noch. Das ist echt ein ernstes Thema und es ist traurig. Neulich wurde auch bei uns auf der Straße, ein junger Araber, wurde von einem Deutschen mit so einer Machete, Notwehr, mit so einer Machete ein Herz gestochen. Der Junge ist gestorben. Was ist passiert? Wegen Notwehr wurde er wieder freigelassen. Maxim Abi, Attila, auch vor Jahren, vor zehn Jahren, er wurde auch ein Herz gestorben von einem älteren deutschen Mann. Notwehr soll es heißen. An der Kasse. Die haben sich gerade nur unterhalten und er hat ein Messer rausgezogen, in sein Herz gestorben. Notwehr wurde freigesprochen. Ich wette mit dir. Ich lege meine Hand ins Feuer. Wirklich. Ich wette um meinen Kopf, wenn einer von uns das wäre. Die Medien. Was würde mit den Medien passieren? Überall auf Haupttitelseite. Der Türke hat ihn abgestochen. Gleich, er soll rein. Wir hatten locker drei, vier Jahre Locker hätten wir bekommen. Aber das ist das Ungerechte und das gibt es heute noch. Aber diese Sachen werden immer versteckt mit anderen Nachrichten. Mit anderen Sachen werden die, wie sagt man das, abgedeckt. Zum Beispiel auch diese Dönermordgeschichte. In meinem Video, bevor ich gehe, wollte ich das nochmal aufgreifen, diesem Thema. Weißt du? Dieses Thema haben sie gleich wieder vergessen, wurde vergessen. Ist doch traurig für die Familien, die da ihre Eltern verloren haben. Was für Schmerzen haben die, ja? Die haben doch Schmerzen. Und das wurde halt wieder vergessen mit irgendwelchen Wulff-Geschichten. Auf Titelseiten, auf dem Fernseher. Überall Wulff, Wulff, Wulff. Bundespräsident Wulff, Wulff. Aber dieses Thema war doch gleichzeitig kamen diese Sachen. Und unsere Sachen werden vergessen und Wulff wird wieder Hauptthema, damit das vergessen wird. Weißt du? Das ist ein ernstes Thema. Ja, wir müssen ein ganzes Werbe machen, Alper. Was ist das? Valla, joh, Gazagelben war alles gut. Und weißt du?